Doch, die hab ich früher gerne gehört. Tatsächlich als Jugendlicher. Geil war dieser Song mit dem Löwen da. Ich weiß ja nicht mehr wie die... Ah, fick deine! Fick deine Mutter! Fick Mutschen, Alter. Fick mal deine Mutschen. Fick deine Mutschen. Fick deine Mutschen. Deine Arme. Verpflichtet, um zu leisten. Eine Waffe. Komm rein hier, du Affe. Mann, ey. Noch eine Slime? Komm hoch hier! Komm ab! Where are you? Das ist schon ein zweiter Trick, du Kinner-Rassen-Bengel. Die im Keller drinne, oder was? Na ja. Komm wir hier los. Das ist ein Problem. Die im Keller drinne, oder was? Die im Keller drinne, oder was? Problem. Die im Keller drinne, oder was? Dich sie raus. Guck mir an. Guck mir an. T 끝. Komm rein, Jungs, komm rein. Ja, am Eingang. Keller-Eingang. Ohe, Gott. Ohne Jungs. Steht da unten im Gang? Die Minen irgendwie? Hier um die Ecke direkt rechts Gegner, das stimmt Anheblich Ja, der steht angeblich direkt rechts um die Ecke Aber... Ja, Free Fire Ja, jup Bin besser einfach als du Zertiere es, bitte Da ist noch ein jetzt oben Ja Naja, komm, dann gehen wir wieder rein da Einige Roden Einige Roden Es gibt nur einen Hullcode Lass das durch Zehn Dollar fällt mir noch Hier kannst du zwei ein Geld rein Ja Ja Hier ist Break Evil Anderes Das stimmt Jungs Naja, muss auf jeden Fall aufpassen Wahrscheinlich oben er Hier hat jemand einen Schockstab geworfen Das ist ein Schockstack Genau Ja, hier oben glitscht deine Waffe Ja, hier oben glitscht deine Waffe Ja, hier oben glitscht deine Waffe Eins unterm Dach Da ist, hallo Kommst du aus Deutschland? One down Noch ein down Kommst du aus Deutschland? Österreich Wir vom Switzerland Und wo war noch einer? Mist, ich hab den nicht bestätigt bekommen ey Wie hart man hier assi anstreben muss für nen Kill Ja Naja Du musst halt übelst reinschwitzen alter Ja, das ist halt wirklich hart Oh ja Naja, wir sind halt Wir sind halt so gut Das Spiel hat das halt erkannt Wer hätte es so endlich machen Oh Gott, das wäre ein Evoling an der Roten Shit Break Ich kann halt endlich zielen mit den Waffen Das ist wirklich schlimm ey Was ist denn der Knisch? Ich musste mal wirklich versuchen Die Sensi ein bisschen runter zu machen Ich find's halt auch klar Dadurch, dass es schneller ist als bei 2 Naja Mach ich jetzt nochmal Das passieren auch anders, weißt du? Auch wenn es runter ist Also stufenweise so ein bisschen runter stellen Ich hab jetzt mal mit 1 Oder man fängt bei 1 an Und wenn du zu wenigst machst du 2 1 1 kannst du nicht vergessen Also würde ich anders machen, muss ich sagen Naja, ich hab jetzt 2 mal runter gemacht Das passt schon Oh, sch... Ach ja Oh, nee Am Ende Wer noch mal Arscherretter hat das Einer down Das zieht sich hoch, Robi Robi, hier war aber okay Vorsicht, das ist mal oben auf dem Kaser Richtung Kaser Ist einer im Gebäude drin Ich weiß nicht, wo der hin ist Da drüben, hier ober, mittel, Kaser Ehh, Kaser Ehh, Kaser Ehh, Kaser Ehh, Kaser Ehh, Kaser Wann quatschen die denn hier, die Leute? Komm, hier unten vorm Haus Hier kommt neuner Hier unten Versteht Brake Ist runtergesprochen Hier unten, was er? Ach man, dieser ist nicht vorhandenes Brauenschutz, alter Boah, da drüben, die Jungen, ey Hör auf, jetzt kommt hier hin Ich sehe gar nichts Gerade Ich hab einen Tatsächlich mal Hör sie hier? Ach Ist rausgesprungen Ich hab keine Klasse Ja, der ist schön Schon die Tarnung, ey, also Ultrakrasse Fliebsteig wieder ein Gut gemacht Echt, jeden Kill Ist aber jeder Kill gerade so, ey Wirklich, wo du merkst, oha Ja, typischer Schwitzerlobby Richtig Du musst einfach Einfach voll auf dieses Spiel Das hat nichts mit Spaß zu tun Ne Man verkrampft hier richtig Aber wenn Wenn du so eine Schwitzerlobby Wenn du, weiß ich nicht Ein gutes Händchen hast In dem Moment Und du machst die Killz Dann macht es auch echt Spaß Für mich Naja, klar Ne, das ist der Fall Du mein, ne, ich hab ja schonmal zwei Zwiegandfels gewonnen Ich hab ja schonmal Froh hier Ich hab auch schon 4 Killz Also ich fühl mich wie Keine Ahnung Gott Ich hab die Bradshaw auf einer Modenshow Oben auf dem Auf der Auf der Auf der Auf der Auf dem Mit dem Er Finisht Instant Junge, ey Was für ein Arschloch du bist Super Ich könnte hier bleiben, ey Jetzt ist, ey Demi Demi hier ohne Ende Wir kriegen den Sack hier grade Scheiß, Fixer das das sind wir müssen gleich los Wollen wir durch den Tunnel unten? Ich glaube, das überleben wir nicht, wenn wir draußen angehen. Der hat den Tastellar hier, oder was ist denn mit ihm los? Ja, ja. Es gibt ja fast keinen mehr, der das nicht hat, ey. Die führt hier. Ja, die führt dann. Wir haben wirklich viele. Das ist echt krass, ey. Guck mal, ne Drohne noch. Ah, ja, Drohne. Das ist Schlussverkauf gerade. Vielleicht noch ein bisschen Zeug. Ne Maske, ne Drohne, hier ist noch Restgeld. Wenn jemand was braucht. Ich hab jetzt auch noch mal alles so mit. Jetzt noch mal ne Drohne. Man Ski. 20 Sekunden. Muss man langsam los. Einer ist hier oben auf dem Berg schon. An dem Drohnen-Turm. Ah, hier oben sind sie bei Blau. So, aufpassen. Oh ja. Was habt ihr denn da für Waffen? Mir klingt wie der Terminator, ey. Das ist diese Polymyoth da. Die warten da schon. Aber die hat echt einen komischen Sound. Oh Gott. Down. Was? Mit einem Schiss? Ah ja, natürlich. Ich hab da auch einen Down da drüben. Leben auf, du Trotte. Ich hab da gerade so den Gunfight gefunden. Krass. Drei. Oh ja, ja. Ach, ich hab da. Ja, Drei. Da bist du. Was soll das denn? Was soll das denn? Hier. Wir haben noch einer. mit der sechser senden sie ist tatsächlich schon besser gefühlt krass du wirst du nicht mal mit 10 spielte die kommen jetzt unser mit der ent hier neben uns für die schritte schon steht damit litsch da ich gehe jetzt auch hin wir können hier bleiben nein krieg nie bestätigt die doch ist in der hütte dann wollen wir damit drin gehen da oben ist noch einer links kommen sie auch noch ein bisschen landen die landen auch wieder schritte ich gehe mal mit david mit man kommt hier nicht aus dem wasser wir müssen jetzt wir müssen ja zu denen die müssen uns kommen oder im haus noch was sein um die nirgendwo Scheiße, ich hab nur noch zwölf Schuss. Ach du Schade. Weißer Schlag, Vorsicht. Nein, auf einmal mach ich das. Nur noch zwei Gegner. Die fighten sich gerade. Jetzt 1 gegen 1. Da vorne war er. Der letzte da oben. Du musst angreifen. Jetzt nimmst du nicht mehr. Jetzt ist er nicht mehr. Haben die mehr gesehen. Keine Ahnung, ey. Ach, Mann, ey. Ja, ich bin verunsichert, weil das Selbstvertrauen war, wenn ich da ist. Du hast neun Kids, die macht jetzt in der Runde war das eine gute Runde. Ja, ja, in der Runde, ja. Aber so generell, der Flows ist nicht da irgendwie. Ah, gut, kommt schon wieder. Ich sehe die Gegner halt auch hier viel schlechter. Ich hab den jetzt zum Beispiel ja nicht gesehen. Wo war denn der jetzt auf einmal? Nee, komm, komm, komm. Nachdem er beim ersten Mal hättet er. Ja, ja, da hätte ich keinen pushen müssen. Ja, ja, mit der MP, ja klar. Weil dann hat er ja noch sein Mate. Der hatte den Reiler von der Brücke. Dann hat er auch noch sein Mate zurückgeschossen. Ach so. Ja, ja, der Mate hat er noch zurückgeschossen, na ja. Scheiße. Ja, schwache Leistung, Werner ist enttäuscht hier. Zurecht, ey. Ja, ich schreib aber genauer gesehen.